Hallo zusammen, heute gibt es eine käsige Angelegenheit hier im Dorf. Das im Stall der Hofkäse schwebt. Der Stahl-Rundgang und das Melken auf den Hofkäse schwebt. Morgen um 5 Uhr in Gretzebach. Es gibt einen halben Sonnenaufgang. Wir schauen, wie die Kühe auf die Weizsäcke gehen. Die Milchproduktion der Hofkäse Schmied in Gretzebach. Jetzt stellen wir hier das parat gemachte Holzhäuschen auf in Gretzebach. Mitte. Hier hinten. Alles parat zum Umstellen. Die Leute sind auch schon gekommen. Ja, kurz los. Der Elmar ist ein bisschen nervös. Ja, ja. Klar. Aber ich gehe. Die erste Wand steht. Das Häuschen kommt gut. Hier rein schaust du und siehst du dich da oben im Bild nehmen. Ja. Nein. 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 Das Dach drauf. Und dann bist du fertig. Ja. Also bis der ganz fertige Sturz. Schon noch ein bisschen. Dann kann ich meinen Äpfelsaft nachher hier holen. Dann müssen wir bestellen bei dir. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, der auf Methoden. Ja, der auf Wein. Ja. Ja. Ja, der auf negative Kesse. Weil seine Hütte ist ein bisschen schräg. Ich bin hier am Käse-ässchen. Wir haben beim Wunscherienpass, wenn wir Kinder noch dabei kommen. Vom Wunschli machen. Dann machst du ja mit den Kindern eure Wunschli. Ja. Also einfach, wenn man da rein hessen, wenn man da nicht braucht. Ja, das landet ja. Also, das war's von diesem neuen Verkaufsladen in Grezenbach, Hofkäse Schmied. Jetzt sind noch die Plachen drauf, dann kommen die Solarzellen drauf und ich verabschiede mich von euch. Das war's auch schon, danke fürs Zuschauen und bis bald! Bis zum nächsten Mal!